Das ist eine ernste Angelegenheit, der Kami-Check. Du machst und ich gucke. Aber du guckst bei dir. Heute zeige ich der Martha, wie man Männer vermöbelt. Ich weiß nicht, wie man Männer vermöbelt. Die rechte, dann die linke. Richtig zu. Zeig mal, wie das... Wie gibt es dir denn... Oh! Wladimir, kannst du uns erklären, wie man das am besten macht? Hey, du kleines Äffchen! Wir müssen ihm jetzt einfach nachmachen. Mein Gott, aber beobachtet uns einer. Wir machen so eine Choreo. Erst mal machst du so und dann... Wie kam der? Bam! Friede.